Auf Netflix gibt es einen neuen Actionfilm und der heißt Mossul, denn darum geht es um die Zurückeroberung der Stadt Mossul vom Islamischen Staat. Und ich war 2017 selbst in Mossul dabei, als es die Kämpfe gab und deswegen möchte ich heute mal ein paar Szenen aus diesem Film anschauen und beurteilen aus meiner Sicht, ob das Ganze realistisch ist. Bevor wir uns die Szenen aus dem Film mal anschauen, ganz kurz ein paar einordnende Worte. Mossul war die zweitgrößte Stadt des Irak mit knapp über zwei Millionen Einwohnern, heißt es. Und die wurde dann 2014 vom Islamischen Staat erobert und wurde die größte Stadt im Gebiet der Islamisten. Und 2016, 2017 begann dann die Zurückeroberung dieser Stadt. In langen, langen, monatelangen, blutigen Kämpfen haben die irakischen Truppen unter Unterstützung der Peschmerga und der internationalen Koalition es geschafft, diese Millionenstadt aus den Händen des Islamischen Staates zurückzuerobern. Und genau darum geht es in diesem Film. Um eine Polizeieinheit, eine SWAT-Einheit, die in den Wirren des Krieges ihren ganz privaten Krieg gegen den IS führt. Um eins schon mal vorwegzunehmen, das ganze Feeling des Films, die Szenerie, das ist alles wirklich richtig gut getroffen. Das ist genauso wie das, was ich 2017 selbst vor Ort erlebt habe, die zerbombten Straßen. Wie sich das Ganze anfühlt, der Müll, der überall liegt, bis hin auch zum Look der ganzen Einheiten. Also dieses Zeichen des Totenkopfes, was sie da zum Teil über ihren Gesichtern tragen, das hat man da wirklich vor Ort überall gesehen. Dieser Totenkopf war ein beliebtes Zeichen für die Anti-IS-Kämpfer. Die Uniformen sind, so wie ich das beurteilen kann, auch ziemlich gut getroffen. So dieses blaue Tarnmuster der Federal Police, mit der ich damals unterwegs war, also der Bundespolizei. Dann so die schwarzen Uniformen, der Golden Division, der Anti-Terror-Einheiten und so weiter. Auch das ist so diese Spezialeinheit, mit der wir da folgen, dass die relativ bunt durcheinander gemischt ist von den Uniformen-Teilen her. Also nicht alle einheitlich, sondern alle ein bisschen individueller. Das ist auch das, was man da tatsächlich vor Ort beobachten konnte, weil das Ganze einfach irgendwann so chaotisch war, dass die Einheiten vor Ort auch wirklich das angezogen haben, was sie halt gerade für sinnvoll erachtet haben. Und dass da die Uniformität so ein bisschen auf der Strecke blieb. Wir werden uns jetzt ein paar Szenen aus diesem Film anschauen, aus Mossul, der von Netflix für Netflix produziert wurde. Und ich werde einfach so ein bisschen danach dazu erzählen, ob ich diese Szene aus meiner eigenen Erfahrung als realistisch oder eher unrealistisch einschätzen würde. Kleiner Spoiler am Anfang, der Film ist tatsächlich relativ realistisch. Aber schauen wir uns einfach mal an, was es da so zu sehen gibt. Das ist eine von diesen kleinen Sachen, die den Film meines Erachtens nach surrealistisch macht. Die Fotos auf dem Smartphone von den Kämpfern, die für unsere, sag ich mal, westlichen Augen vielleicht ein bisschen befremdlich mit gefallenen IS-Kämpfern posieren. Also Fotos von Leichen, Selfies mit Leichen. Das ist das, was ich unten tatsächlich auch selbst erlebt habe. Das ist wirklich relativ normal. Also es gibt weniger diese Berührungsängste, wenn man, glaube ich, sein Leben lang oder mehrere Jahre selbst in einem Krieg verbracht hat, dass es dann zu einem normalen Teil des Lebens wird. Und für Soldaten es so ein bisschen auch dieses Gefühl der Trophäe ist, zu zeigen, hier, die Kämpfer des islamischen Staates sind nicht unverwundbar und wir haben sie besiegt. Das ist zumindest so meine Theorie, wie ich diese ganzen Fotos interpretiere. Aber kurz gesagt, Fotos von Schlachten und auch von gefallenen Gegnern auf dem Smartphone absolut realistisch und etwas, was man in Mosul sehr oft gesehen hat. Die Szene auch realistisch. Wir sehen hier einen Mann, wir wissen nicht, wer er ist oder wo er herkommt, der halbnackt dasteht vor Soldaten, die gerade auf ihn zielen. Und das hat nämlich zum Hintergrund, dass gegen Ende, als absehbar war, dass der islamische Staat am Verlieren ist, viele Kämpfer des islamischen Staates sich als Flüchtlinge getarnt haben, als ganz normale Einwohner von Mosul. Viele von ihnen waren auch ganz davor ganz normale Einwohner von Mosul, die sich dann auf die Seite des IS geschlagen haben. Und die wollten dann fliehen, die wollten flüchten aus der eingekesselten Stadt und haben sich eben als Zivilisten ausgegeben. Und das sind, glaube ich, zwei Erklärungen, warum die Person sich da so zeigt. Das eine ist natürlich, dass die Sicherheitskräfte, die Soldaten, die gegen den IS kämpfen, Angst haben vor Selbstmordattentätern, was oft vorgekommen ist. Dass sich einfach Leute Bombengürtel umgeschnallt haben und dann sich inmitten der Soldaten in die Luft gesprengt haben. Deswegen ganz oft, dass man sich freimachen muss, um zu zeigen, man hat keine Bombe am Körper. Zum anderen, und das ist auch aber interessant, um zu zeigen, wie abgemagert oder wie kräftig man noch ist. Denn natürlich waren es die Kämpfer des islamischen Staates, die am Ende, als das Essen knapp wurde, die ganzen Rationen für sich beansprucht haben, während sie die Zivilisten haben hungern lassen. Also einen Flüchtling nach Monaten der umkämpften Stadt zu sehen, der noch relativ gut und kräftig Speck auf den Rippen hat. Das ist ein Indiz dafür, kann ein Indiz sein, dass es sich dabei eigentlich um einen Kämpfer des islamischen Staates handelt, der in den letzten Monaten noch die wenigen Rationen für sich bekommen hat. Zumindest war so die Logik der Truppen, die gegen den IS gekämpft haben. Deswegen auch das, ganz kurze Szene, ganz kleine Szene, aber sehr gut beobachtet. Hier sehen wir auch wieder gleich zwei Rationen. Zwei Sachen, die leider, leider sehr realistisch sind. Zum einen, dass auf Fliehende geschossen wird, auf Leute, die den Einflussbereich des islamischen Staates verlassen wollen. Denn natürlich wollten die Islamisten das verhindern. Die Zivilisten waren ein lebendiges Schutzschild für die Islamisten gegenüber Artillerie, gegenüber Luftangriffen und andere Vorstöße der Anti-IS-Koalition. Und deswegen wollte man natürlich nicht, dass dieses Faustwand das IS-Gebiet verlässt. Und deswegen kam es oft dazu, dass eben an den Gebieten, an den Grenzen, an den Frontlinien, wo Zivilisten flüchten wollten, vom IS auf Zivilisten geschossen wurde und auch viele Menschen ermordet wurden. Das andere ist die Bedeutung von Scharfschützen in diesem Krieg, gerade auf Seiten des IS. Das war auch, glaube ich, die größte Gefahr, die damals für uns 2017 bestand, als wir da an die Frontline gekommen sind. Man hat uns immer gesagt, achtet darauf, dass ihr keinen direkten Blickkontakt habt zu hohen Gebäuden auf der Seite des islamischen Staates. Weil, wenn wir die sehen können, können die uns sehen. Scharfschützen, besonders aus China, also muslimische Uiguren damals hieß es, waren wirklich die meistgefürchtetste Waffe des IS. Und deswegen ist es leider sehr realistisch, dass man da einfach irgendwie eine Straße entlangläuft und aus dem Nichts kommen dann irgendwelche Schüsse und treffen Menschen neben dir oder im schlimmsten Fall dich selber. Auch das leider sehr realistisch. In der Szene sieht man jetzt die Scharfschützen aus der Nähe, nachdem sie getötet wurden. Und der Hauptcharakter merkt, dass es eigentlich gar keine so bärtigen alten Männer sind oder bärtigen Krieger, sondern Teenager, die eben für den islamischen Staat gekämpft haben. Und auch wieder das leider sehr zutreffend. Ich selber habe 2015, war das glaube ich, 2015 war ich an der Front in Mahmur, in den kurdischen Gebieten im Irak, wo ich auch zum ersten Mal Leichen in größerer Zahl des islamischen Staates gesehen habe, die da in solchen Caterpillern antransportiert wurden. Und da hat man gesehen, das waren zum Teil Teenager, die waren wahrscheinlich so, schwer zu sagen, 15, 16 zum Teil, vielleicht sogar noch jünger. Und die wurden entweder vom IS zwangsrekrutiert, was sehr oft nachgewiesen ist, oder haben sich aus irgendwelchen anderen Gründen angeschlossen. Aber auch wieder hier, der Krieg hat auf beiden Seiten Opfern gefordert. Und auch auf Seiten des IS haben Leute gekämpft, die vielleicht gar nicht so freiwillig für die Islamisten gekämpft haben, aber nichtsdestotrotz dafür gestorben sind dann. Und das wird hier gezeigt in einer kurzen, ruhigen Szene zwischen den ganzen Ballereien. Auch eine aus meiner Sicht sehr wichtige Szene, gerade für einen Film, der international gezeigt wird, dass man sieht, dass die Leute, die gegen den IS kämpfen, auch Muslime sind. Also im überwiegenden Teil selbst Muslime sind, mal mehr, mal weniger gläubig. Aber dass man hier sieht, dass gerade nach dem Kampf gegen den islamischen Staat die Leute, die den islamischen Staat gerade bekämpft haben, kurz innehalten und ein muslimisches Gebet sprechen, ist vielleicht subtil, aber ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass es dargestellt wird. Und dass man nicht irgendwie so eine Illusion aufbaut, es sei ein Kampf zwischen Islam und der Welt gewesen. Man hat hier den Kampf zwischen Terroristen und Menschen, die gegen Terroristen kämpfen in diesem Fall. Manchmal sind diese Grenzen auch verschwommen, leider, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall wichtig zu zeigen, die Leute, die gegen den islamischen Staat gekämpft haben, waren größtenteils auch selbst Muslime. Ja, Drohnen, auch ganz wichtiges Thema. In meinem letzten Film hatte ich selber das Problem, dass da in diesem Fall in Syrien, in den kurdischen Gebieten Syriens, vom Hersteller meiner Kameradrohne, die Funktion ausgestellt war, dass man da fliegen konnte, weil der islamische Staat so viele Drohnen verwendet hat, als Luftwaffe. Sie haben Bomben dran gebaut, haben entweder Handgranaten damit abgeworfen oder Ähnliches oder haben sie gleich selbst in die Luft gejagt. Und als wir in Mossul waren, war das auch immer so ein Blick nach oben, immer so ein bisschen Hintergrundgeräusche achten, ob man dieses Schwirren von Drohnen hört, weil das selten ein gutes Zeichen war und man immer natürlich Angst hatte, dass die Drohnen irgendwas fallen lassen oder explodieren. Und deswegen war so neben Minen, Scharfschützen und solchen gepanzerten Sprengstoffautos, Selbstmordattentätern, waren die Drohnen die größte Sorge, die wir damals hatten, als wir an die Front sind 2017. Und deswegen ist es auch gut in dem Film und realistisch, dass es zumindest einmal kurz dargestellt wird. Wie weit die Drohnen später noch eingesetzt werden konnten, zum Zeitpunkt dieser Schlacht, das weiß ich nicht. Das halte ich für ein bisschen unrealistisch, weil die Amerikaner, die vor Ort waren, sehr oft auch so drohnenhemmende Technologie eingesetzt haben, damit die Drohnen nicht mehr starten konnten. Also es ist durchaus möglich, dass es noch so passiert sein konnte, kann aber nicht sicher sagen, ob zu diesem Zeitpunkt Drohnen noch fliegen konnten in der Stadt. Hier sehen wir eine Szene, wo Zigaretten getauscht werden, ich glaube 13 Stangen Zigaretten gegen Munition. Auch das, so Tauschgeschäfte habe ich nicht selber gesehen, aber die Bedeutung von Zigaretten dort auch völlig, völlig gut getroffen. Der Nahe Osten ist noch eine der wenigen Regionen, wo gefühlt jeder Mann raucht, nicht jeder, aber sehr viele, und gerade im Krieg an der Frontline wirklich sehr viel geraucht wurde. Und es war immer für Journalisten eigentlich auch ganz eine gute Idee, immer Zigaretten dabei zu haben, damit man mit seinen Gesprächspartnern einfach mal ein paar Zigaretten anbieten kann oder so kleine Geschenke dalassen kann. Zigaretten, große Rolle im Kampf gegen den IS. Die ganzen Szenen, in denen das SWAT-Team durch die Straßen durchläuft und immer sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil man natürlich im Straßenkampf ist und immer schauen muss, von wo könnte irgendjemand auftauchen, von wo könnte irgendwie ein Fenster aufgehen oder irgendjemand auf einen schießen, irgendwelche Hecken schützen oder so. Auch das sehr gut getroffen und sogar sehr beunruhigend gut getroffen, wenn man sich das anschaut. Es sind dann tatsächlich, kommen wieder so ein paar Erinnerungen hoch, wie es damals war, dass man wirklich, ja nicht panische Angst, panisches übertrieben, aber wirklich sehr, sehr instruiert ist, darauf zu achten, wo man hintritt und von wo irgendwelche Fenster auf einen zeigen können, dass man einfach nicht durch irgendwelche unglücklichen Überraschungen dann aus der Fassung gebracht wird. Und das haben sie auch hier gut getroffen. Das ist natürlich in Filmen immer schwer darzustellen, wie so die Anspannung wirklich in Realität ist. Wenn man jetzt so einen Film auf Netflix anschaut, ist es was anderes, wie wenn man wirklich selber dort ist, mit 40 Grad im Schatten, superschwerer Bodyarmor, gleichzeitig läuft einem der Schweiß runter, man muss noch irgendwelche Filmaufnahmen machen und man weiß, dass die Gefahr real ist und man jederzeit sterben könnte, wenn man es so nimmt. Das ist natürlich eine ganz andere Belastungssituation. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich die irgendwie besonders oft hätte oder so. Mir fallen aus dem Stegreif, glaube ich, ein Dutzend Journalisten ein, die sehr viel häufiger, sehr viel intensiver auch bei Mossul dabei waren, als ich das war. Aber das Erlebnis, das ich in Mossul hatte, der Trip an die Front, der hat gereicht, damit ich diesen Eindruck bekommen habe und mich auch heute noch daran erinnere. Und genau deswegen war es jetzt für mich wichtig, auch mal einen Blick auf diesen Film zu werfen, auf Mossul, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Die Sachen, die ich gesehen habe, waren wirklich gut getroffen, nah an der Realität, wie ich sie beurteilen kann, wie ich sie wahrgenommen habe. Aus filmischer Sicht, ja, es ist ein Kriegsfilm. Es ist ein ganz klarer, gerade liniger Kriegsfilm, der einem SWAT-Team durch das zerstörte Mossul folgt. Als solcher ist er tatsächlich relativ gut. Ich schaue nicht oft Kriegsfilme, ironischerweise, aber der war aufgrund meiner persönlichen Beziehung zum Kampf um Mossul, den musste ich mir anschauen und ich war nicht enttäuscht. Also wenn ihr Interesse habt zu sehen, wie sowas, sag ich mal, relativ realistisch aussehen kann, dann kann ich euch empfehlen, schaut euch Mossul auf Netflix an. Und was ich noch sagen will, sehr coole Sache daran ist, es ist zwar ein amerikanischer Film, soweit ich weiß, also amerikanisch produziert, aber die Amerikaner haben endlich mal dazugelernt in ihren Kriegsfilmen und du brauchst keinen weißen Hauptcharakter. Du brauchst keinen Amerikaner, der irgendwie allen Sachen erklärt. Du hast nur Araber und Kurden in diesem Film und das ist tatsächlich sehr realistisch. Der Film ist Originalsprache und untertitelt, was es ein bisschen anstrengender macht, aber sehr viel realistischer. Also, meine Empfehlung hat der Film. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal.